so leute da bin ich auch schon wieder die nächste rallye ist da wir haben die rallye von 1600 truppen zu 2 millionen 1000 1,6 millionen zu 2 millionen aufgestockt danke an joe by the way das ist einfach krass wie viel gems das kostet so wir haben auf jeden fall 2 millionen rallye am stissel und ich werde das video wahrscheinlich auf zwei parts aufteilen weil ich darf maximal wegen youtube halt weil ich noch so wenig abonnenten habe maximal 15 minuten videos machen und ich glaube das andere war schon irgendwie ziemlich lange und ich glaube dass das die zeit auf jeden fall überschreiten wird deshalb zweiter part zweiter versuch und so ich habe jetzt hier wie viel sind das 183.000 kavallerie typisch dabei und so wir reinforcen halt nur die rallye mit kavallerie sie doch sieht da hunderttausende hier das ding ist voll gewesen ist so krass wenn dann gleich noch mal hier okay dieser bald muss ich füllen noch diese emojis wir sehen hier sonst nicht hier hunderttausende hier ah gar dabei dabei ich kann das hier noch mal eben gönnen schon paar barbaren besiegt aber ich habe volle richtig kacke so wie sieht es aus rallye ist voll okay ich packe meine truppen mal ein bisschen näher und ja so ab 40 prozent fangen wir an mit denen anderen truppen anzugreifen und das wird jetzt diesmal hoffentlich klappen es muss klappen wie sieht es aus rallye ist immer noch voll perfekt ja das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus immer noch voll perfekt muss man ja gar nichts machen so ich werde wahrscheinlich im darauffolgenden video ein bisschen usg das wheel of fortune spin ich werde 100 spins machen insgesamt für nochmal die 15 extra jetzt am ende hier und motion charge signal bekommen ich müsste fast 40 prozent sein jetzt das 40 prozent ungefähr ich kann mit den anderen truppen anfangen anzugreifen oder haben wir schon ja ne auf jetzt einen schicken wir rauf so die rallye ist voll perfekt so wie gesagt nächstes video werden wir ein bisschen fun haben mit den gems die wir gesammelt haben und gefarmt haben und so ok jetzt sind die alle am rumlaufen ist eigentlich ganz nice lag eigentlich kaum ne oder nö das sieht alles ganz gut aus wie sieht die rallye aus ist die noch voll die ist noch voll perfekt wie gesagt es darf noch nicht über fünf minuten lang sein und die zeit ist eigentlich schon noch über eine minute zeit aufnahme dafür zu viele minuten 22 das heißt ich habe bestimmt 20 sekunden noch gelabert bis es da war das heißt bestimmt noch eine minute und das sieht gut aus leute könnt ihr einfach mal rauf nicht einfach mal noch jetzt gerade ganz kurz gelaggt ok war zu langsam aber das sieht gut aus das sieht gut aus und das bekommen kriegen wir was ein gold key 50 5 minuten dinge 500 gems und das ist halt auch das einfache dinge kann ich hier nochmal tapen please das sieht doch gut aus sieht doch gut aus obwohl die zeit knapp die zeit sie rennt an uns vorbei bist du jetzt am renforcen ja wir haben es geschafft wir haben uns das kreuzrotter lager erfolgreich wir haben es erfolgreich erobern können sehr schön so wir schicken jetzt unsere peeps erstmal wieder nach hause und er gut gut dann d klick auf die und ab nach hause mit euch sehr schönes ding na so geht geht doch alles klar sind es nicht nur noch und ja das war's von dem video auch schon eigentlich ich gucke mal wie das vielleicht noch aufs andere zusammen kriege ob das 15 minuten überschneidet wenn nicht mal gucken dass vielleicht doch nur ein paar wird naja und ja auf jeden fall bleibt knallig jetzt hier wieder zurück wie viel healtimer haben wir wie viel müssen wir hier noch gar nichts 27 truppen das geht eine minute okay heute rein und bis dennne tschüss